Auf nach Rathen. Die Landesbühne in Sachsen fahren schon seit 57 Jahren zur Felsenbühne, um ihre Zuschauer dort vielseitig und auf hohem Niveau zu unterhalten. Als Gast können sie mit dem Fahrrad, dem Motorrad, dem Auto oder der Bahn nach Rathen gelangen. Von Dresden aus fahren alle 30 Minuten die S-Bahn-Züge zu diesem einzigartigen Kurort und in etwa 40 Minuten haben sie ihr Ziel erreicht. Einer der markantesten Aussichtspunkte der Sächsischen Schweiz ist die Bastai. Von der Bastai über die Bastai-Brücke kommt man zur größten Felsenburg der Sächsischen Schweiz, Neurathen. Die Reste der Burg können heute auf einem Rundgang besichtigt werden. Rathen ist zentral gelegen und ein idealer Ausgangspunkt für viele abwechslungsreiche Wander- und Bergtouren. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt der Amselsee, von imposanten Felsen wie der Lokomotive und dem Talwächter umgeben. Hier können sie nach Lust und Laune entspannen und sich inmitten einer faszinierenden Natur auf das Theatererlebnis einstimmen lassen. Die Elbe überqueren sie bequem mit der Gierseilfähre. Ohne Motor, nur vom Druck der Strömung angetrieben, kann sie lautlos bis zu 322 Personen ans andere Ufer bringen. Mit seiner Schönheit, Ruhe und seinen Erholungsmöglichkeiten ist der Kurort einer der meistbesuchten Orte des Elbsandsteingebirges. Die Felsenbühne Rathen im Nationalpark Sächsische Schweiz gehört zu den schönsten Naturtheatern Deutschlands und ist in diesem Jahr 75 Jahre alt. Nehmen sie sich auch ein bisschen Zeit für die Umgebung, entspannen sie und freuen sie sich auf das bevorstehende Theaterereignis. Wenn vor diesem faszinierenden Hintergrund Indianer auf Pferden in die Arena preschen oder schöne Opern erklingen, fühlen sie sich wie im Film. Mehr als in ihrem Stammhaus sind die Darsteller hier zum Improvisieren gezwungen, wenn Tiere nicht immer so mitspielen wie erhofft oder Bergsteiger sich mitten in eine Aufführung verirren. Ja-haha! Musik Musik Musik